Egal ob Brot, Brötchen oder Kuchen, Backen hat Tradition in Deutschland und das Bäckerhandwerk schaut auf eine sehr lange Geschichte zurück. Entsprechend groß ist die Palette an Rezepten und Produkten, die seit Generationen weitergegeben werden. Die deutsche Brotkultur ist so umfangreich geworden, wir haben angefangen diese zu zählen. Wie viele Brotspezialitäten gibt es eigentlich in Deutschland und sind bis jetzt schon bei über 3000. Bernd Kützer ist selbst Bäckermeister und er ist Direktor der Akademie Deutsches Bäckerhandwerk in Weinheim. Hier lehren die Meister der Zunft dem Nachwuchs das Handwerk. Der kommt normalerweise aus Deutschland, aber zweimal im Jahr auch aus der ganzen Welt. Ich habe den Kurs gebucht, um mein Wissen über Backen und Konditorei zu vertiefen. Was ich hier lerne, möchte ich als Ausbilder an unsere Studenten in Asien und vor allem Singapur weitergeben. Ich will eine Bäckerei in Lusaka, in Sambia aufmachen. Ich möchte den Menschen deutsches Brot zeigen. Diese Art von Brot gibt es bei uns nicht. Was macht ihr Brot so gut und was macht es so berühmt? Das will ich hier erfahren. Alle, die hier rühren, wiegen und backen, nehmen am Kurs Diploma in German Baking teil. Für Anfänger dauert der Kurs fünf Wochen und vermittelt Grundlagen rund um das Bäckerhandwerk. Wir zeigen in den fünf Wochen so einen Querschnitt über die deutsche Backkunst. Das ist das Brötchen, das sind Laugenbrezel, das ist das Sauerteigbrot, das ist auch Berliner, Christstoll, alles was so ein bisschen deutsche Backkultur ausmacht. Auch deutsche Kuchen, Blechkuchen, Käsekuchen und so weiter. Und dieser Querschnitt wird sehr geschätzt. Die deutschen Bäcker wollen ihr Brot zum Weltkulturerbe erklären lassen. Dass Käse, Aprikosen oder Blechkuchen samt Brötchen und Roggenbrot in der Welt bekannt werden, dafür sorgen auch die Teilnehmer mit ihrem Diploma in German Baking, wenn sie selbst zu Botschaftern einer jahrtausendalten Tradition werden.